Kapitel Geschenke für Männer In dieser Kategorie finden Sie Geschenkideen voller Testosteron. Um die 500 Produkte warten nur so darauf, angeklickt und gekauft zu werden. Ob für den Freund, den Vater, den großen Bruder oder den Schwibbschwager. Ich werde Ihnen nun nacheinander die besten Männergeschenke vorstellen. Die sprechende Fernbedienung. Das optimale Spielzeug zum Steuern der eigenen Frau. Auf 33 Knöpfen geben Sie die Anweisungen und Befehle. Teils derbe, teils frivol, aber niemals würdelos. Mit diesem Gadget unterdrücken Sie die Gewaltherrschaft der Partnerin. Für nur 24,95 Euro. Auch Batterien erhalten Sie direkt bei uns. Das Whisky-Set mit Karaffe und graviertem Glas. Dieser maritimen Kombo widersteht kein Genießer. Es sei denn, Sie sind trockener Alkoholiker. Die Karaffe in Globusform und mit Buddelschiff im Innern bringt Sie nicht nur im Geiste in weite Ferne. Eine edle Kompassgravur mit individuellem Namen und Datum rundet das Geschenkset ab. Klicken Sie besser jetzt auf In den Warenkorb. Oder lauschen Sie den Vorzügen, die unser Stressball-Busen mit sich bringt. Als Knetball gegen Stress oder Wut. Als Sprechball in seriösen Diskussionsrunden. Oder einfach als sympathischer Handschmeichler. Dieses Produktivital ist für jeden Tag natürlich aus. Das Produktivital ist für jeden Tag! Das Produktivital ist für jeden Tag! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020